Ich bin gut da dran. Guy bruscht Threepwood, als ich lebe und lebe. Wie warst du? Ähm... Äh, gleich alt, gleich alt. Wie war's Elaine? Sie war immer mein Lieblingsgericht. Sie hat auch deinen Tab, wenn du in die Zeit stoppt. Ich habe unseren Jahrestag vermasselt. Sie sind öfter getrennt, als du mir liebst. Sie ist hier auf der Insel. Ich bin noch im öffentlichen Service. Ich kämpfe jetzt mit Skirvy. Mein Ort ist clean. Unsere Gesundheitszertifikat sind aufzunehmen. Nein, nein, das ist nicht so. Sie hat eine Grundlage. Sie versuchen, Limes zu verhindern. Oh, sag' ihr, ich sage Hallo. Ich habe schon erwähnt, dass ich das Geheimnis immer gerne finden werde. Oft genug. Ich glaube, ich höre über den Gesundheitsinfektor. Weiter mit der guten Arbeit. Hier sieht schon mal an. Wow. Aber die Rööcher bleiben die gleiche. Ich habe mich gewonnen. Und die Läu-Alkohol-Toleranz. Hey. Das neue Pirate-Leaders seem like real jerks. Warum sogar sie in der Bar? Well, sie haben mich auf meine alten Regularen, so ich habe keine Chance, wenn ich in der Arbeit möchte. Also, wenn ich sie wieder rauskriegen, sie würden mich in die Reise machen und mich in die Reise machen. Frankly, ich bin terrified. Auf dem, auf der plusse Seite. Also, sie haben mehr Geld, und eine bessere Hygiene, als die alten Leute. Also. Tja. Habe ich erwähnt, dass ich das Geheimnis von Monkey Island finden werde? Nein, ich glaube nicht, dass du es hast. Das ist spannend. Also, du wirst ein Schiff auf den Docks? Ich denke, ich werde einen holen. So weit wie ich weiß, das einzige Schiff da draußen ist... ... der Chucks. Even better. Two birds with one stone. Bold. I like your thinking. Oh, ich denke, ich höre den Gesundheitsinspektor. What? Where? Just kidding. A joke never gets old. Keep up the good work. Thanks. Will do. Können wir uns ein paar Maden mitnehmen? Aktive kleine Leute, oder? Vielleicht ein Verwandter. Ist das nicht der, der, der... ...der Geist aus... ...Ghostbusters? Sieht wie ein Mugshot. Haha, sieht der aus. Well, es ist definitiv ein Mug. Willst du mir die Unterpahmung auf einem Schiff, ... wenn ich dir helfen kann? Lass das runter, bevor du dich selbst verhörst. Was? Wahrscheinlich gibt es viel, ... was du nicht wissen möchtest, ... über Möben. Ehrlich gesagt, ich denke, ... ich würde es so halten. Was? Pest oder Garnische? Ein guter Kecke, ... die lokale Suppe, wenn er kann. Es ist unglaublich, was du erreichen kannst, ... wenn du dir in deinem Geist erneut hast. Dann hast du eine Paket von Stick-on-Stars. Hm. Ja, das sieht nicht ganz legitim aus. Das Essen ist mehr interessanter, ... wenn du den Risiko bekommst. ... nein, das sieht nicht aus. Aber das ist halt so bereit. Ah, ja! Okay, eine Schluh, kann man immer gebrauchen. Gut, dann schauen wir mal. Das sieht aus wie Beine. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie an Bord von LeChucks Schiff kommen. LeChuck. Offene Stellen. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the eight seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? Short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Uh, ja. Ein schrubbiger. Ein schrubbiger. Ich könnte ja zu zweitermat sein. Ich wär ein toller Bootsmann. Ich wär, wie wär's mit Schiffsarzt. Ich könnte die Kanonier sein. Kann und je. Vielleicht ist... Schrumm doch nicht so schlecht. Ich könnte ein zweites Freund sein. Hast du ehrlich gesagt, was ein zweites Freund macht? Geht es, um die Eröffnungen und Funeraten zu warten und warten, um die erste Freundin zu werden? Ich dachte so. Ich würde einen guten Bosun machen. Genau welche Qualifikation hast du für das? Ich kann meine Brille für 10 Minuten halten. Okay, vielleicht 8. Keine Zeit, okay? Ich habe mich gerade am Wasser verschluckt, weil... Als ob die damals Medizinabschlüsse hatten. Piratenschiff. Keine Probleme. Ich hatte einen für 12 Stunden. Ich kann es nehmen. Ich habe viel zu tun heute. Vielleicht ist Swabby nicht so gut, nachher. Die einzige Anforderung ist, dass du dein eigenes Mop bringst. Wenn du ein Mop bringst, dein Job ist... Hey, hey, warte mal. Was ist dein Name, Sailor? Ich muss den Mop besuchen. Ähm... Andrew LeChuck. No relation. What a coincidence. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. I can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Right for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a Mop. Jounz. I hope this isn't one of those party cruises. I know where I can get a Mop, but I don't know where to go. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck. But he doesn't know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Looks like this is going to be a long journey. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison. Woody? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Okay, we'll follow him. He's open. Ach, this is Mojo House. It's an unusual safe with five keyholes. Alas, the safe is not for sale. Well, it has been placed with me for safe keeping. I'd need a lot of keys to open that. A crystal? Yeah, this isn't that kind of game. Rai, I'll move back to my room... That looks like the今天 was going to be released. And this 2021 is not for real. Any other última strat watch I got in the box? I think we truly find the community. Oh, that means we need to ride in the lava preparation of the fire. Super bad, the lighten Heazar. All the IoT ties into his environment. For me, he looks like it's forever been through. Put the stell down the easy work, buddy. Ein netter Korb. Noch ein netter Korb. Verkleidung. Oha. Könnten wir gebrauchen. Verdammt. Die Magie hat sich bis jetzt abgeworfen, aber ich glaube, dass ich seine Fähigkeiten verkleinern kann. All meine Merchandise sind auf dem Tisch. Könnt ihr nicht warten, bis ich sage, was ich denke? Es ist schrecklich. Was ist das? Es ist ein Verkaufsfrog. Wenn keine Entschuldigung machen wird, gib den Verkaufsfrog. Es ist wie eine Karte, nur viel besser, weil es ein Fähigkeiten ist. Ich habe das nicht gehört. Du bist sicher, es ist ein Verkaufsfrog? Keine Entschuldigung. Es funktioniert. Verkauf mir. Ich kann euch nicht mehr sagen. Wenn es eine Entschuldigung ist, dann bei der Fähigkeiten. Ich kann die Entschuldigung auf den Fähigkeiten helfen. Es kann helfen jemanden zu helfen, sogar sehr alten Verkaufsfrog. Uh-huh. Was wollen wir jetzt vergeben? Versuchen, sich daran zu erinnern, warum ich einen Frisch bei mir trage. Die Voodoo-Lady sagte, es sei ein Verkaufsfrog. Interessant, noch mehr nützlose Items im Inventar. Oh, pointy. Es ist ein Karte, nicht magischer, ceremoniales Karte. Sehr karte, in der Tat. Oh, ich mag dieses Karte. Ein guter Wahl. Ich werde dich verbatzen, um eine Verkaufsfrog. Das Produkt ist nicht in der Kommission von irgendeinem Verkaufsfrog. Vandalismus, Verkaufsfragung und Verkaufsfragung. Kein Problem. Gefängnis, Gefängnis, Verkaufsfragung und Verkaufsfragung. Das Produkt verabschiedet diese Terme und wird die Warrantie verabschiedet. Wittling, Scrimshaw, Mumbldipeg, Juggling und irgendwelche Tricks, die mit Stacking oder Balancing das Produkt verabschiedet werden, kann eine sehr große Injury führen und sollte nicht von unlicenzierten Personen verabschiedet werden. Das ist ein kompletts nutzloses Ding. Um es auch gleich wieder ablegen. Spiegel. 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 Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question as it could create a liability issue. It's my very own, very sharp, non magical ceremonial knife. The curtains are for sale too? Everything goes. They make a great dress. I am not able to answer that question as it is. The furniture is closed by order of Madison enterprises. Oh, wie lange ich mich sehe. Was treibt er hier? Der Warbuster 2. Ich bin auf der Suche nach einem Mop, der Koch, aber ich weiß noch nicht, wie wir ihm das abnehmen. Ich bin auf der Suche nach einem Mop. Das sind Mops und Moor, nicht Mops und Moor. Ich hatte gedacht, die Mops und Moor könnte Mops sein. Nein, das ist nicht. Versuch' den Koch an der Bar, wo er seinen bekommen hat. Ja. Du hattest nicht, dass du eine Karte an der secreten Monkey Island haben möchtest. Wunderbar, du solltest es fragen. Ich habe eine auf der Kommission gemacht, aber dann haben sie alle meine Grundmaterialien zerbrochen. Es ist der einzige in der Existenz. Bestes Glück zu dir. Ich bin auf der Suche nach einer Karte durch den Wald. Was versuchtest du in der Karte zu finden? Ich weiß nicht, nichts in particular. Dann haben wir eine Karte zu finden. Dann haben wir eine Karte nicht wirklich anders als die Karte zu finden, wird es? Ja, aber ich meine... Ich meine... ...wenn... ...neuerhaft. Es ist ja nicht so. Wir haben viele Karte. Wir haben so viele, wir brauchen eine Karte zu finden. Haha, ein kleiner Karte für Humor. Ja, ich habe vergessen, wie lustig es war. Es sieht aus. Es sieht aus wie die Karte aus dem Weg ist in trouble. Die hoch-stakes ego-driven world der Piratung ist verändert. Und dark magic ist über. Voodoo magic ist Spaß und alles. Aber es ist nicht was die neue Generation will. Ja. Ich bin auf der Blöden weg und mache eine Bunde. Ich bin über die Franchise. Ja. Die Stadt sieht aus wie ziemlich weg. Seit Kapitän Maddison machte Melee ihre Basis der Operation, haben die Leute geklappt. Sie sagen, sie bringt ein schlechtes Element zur Stadt. Aber dieses schlechtes Element spendet viel Geld auf Max. Also... Was soll ich machen? Mach was richtig? Ich bin! Ich mache was richtig für Wally. Es ist toll zu sehen, dass du auf deinen Fuß auf den ganzen Jahren landest. Das Geschäft hat mit all diesen neuen dark magic Piraten geflogen. Kapitän Maddison hat mich auf einen lukrativen Retainer. Sie betrifft extra für ein paar wacke Symbolen, die ich einfach mache. Ich lasse dich zurück zur Cartogamographie. Das ist keine reale Worte. Ja. Okay, vielleicht geht er mal seinen Monokel ab, dann können wir den Witten mitnehmen. Oh. Ein Schachtel voller Monokel. Sie sind wie Schlappen, nur viel weniger konvenient. Oh, schau nach dir! Ein dreimaler Monke! Oh, bitte, einen. Ich benutze sie, um mein Geschäft zu ermöglichen. Sie sehen? Es sagt, Maps und mehr auf der Seite. Äh, danke. Aha. Mussten wir gar nicht klauen. Es könnte auch nützlich sein. Es macht Dinge größer. Ich erinnere mich, dass Wally es nicht für ein neues Modell verwendet hat, nur weil es um den Block einmal oder zweit war. Ich fühle mich sehr stark über das, für einen Grund. Ich wusste nicht, dass du Globes auch gemacht hast. Ich nicht. Das ist für die Aufmerksamkeit. Es hat alle die letzte Kontinente. Ah ja, die letzte Kontinente. Oh, die sind sehr komisch. Die höchste Tools, um die höchste Maps zu machen. Ah ja. Wally, kann ich eine dieser Maps haben? Absolut. Wenn du es für sie bezahlt hast. Ich glaube, ich habe kein Geld mehr. Ich habe nur ein paar Kochen für die Aufmerksamkeit. Wally, kann ich eine dieser Maps haben? Absolut. Wenn du es für sie bezahlt hast. Keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich zu teuer. Oh ja. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Es ist ein Bild. Es ist ein Bild. Ein verfluchter Diamant. Das hatten wir schon an Curse of Monkey Island. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Das ist eine gute alte Karte. Das ist eine gute alte Karte. Das ist ein bisschen unterstattet und etwas überprägt. Ich versuche, sich klar zu den Seammonstern zu steuern. Warte ich hier. Können wir vielleicht mal was versuchen. Eine Zwischenzeit auf Lechak's Schiff. Oh ja. Lechak, Sir. Ich dachte nur, ich würde mich in und euch wissen, die Präparationen für die Seammonstern sind fast fertig. Du hast alle die Beispiele für das Spell, um zu Monkey Island zu kommen? Check. Squid Ink. Chicken. Brimstone. Cinnamon. Monkey Blood. Mint. Und... ein wunderschönes Skull. Gut gemacht. Oh. 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 Ja, es tut noch... Es tut noch... Es ist eine lustige Geschichte. Guybrush Threepwood hat versucht, an die Crew zu bezeichnen. Threepwood? Er muss auch das Geheimnis suchen. Hm. Der Typ hat alle meine besten Ideen. Lass ihn töten! Warte! Lass ihn leben! Ich will, ihn zu sehen, amperlich schreibt, von Monkey Island zu wissen, dass die Geräte ist für ihn immer. Ich will- Er muss das noch hin hablando sein. Der Typ hat ein Mal gesammelt. Auf dem Motoren. Er ist die ich zu schaden. Schauen Sie für dieses myztliche Geräte von Monkey Island ein guter Idee? Wird wir nicht auszufinden, die hohen Gäste hochwertigen, zu erungsmögen, zu kassieren, zu zu einem mehr Mode zu haben? Für Lechak? Ich hatte genug von dir überrasch였end. Okay, da ist das Gefängnisbesuchung. Hey, Guybrush! Hey, Junge! Du siehst, wie du eine gute Zeit hast. Das ist schön. Ich kann das Serialnummer lesen. Ich schreibe es, damit ich es nicht vergessen werde. Sehr schön, damit wir uns zum Schluss anfertigen. Das ist das Nummer für das Gefängnisbesuchung. Die meisten dieser Serialnummer wurde ausgelöst. Die sagen, die einzige echte Präsentation ist die... Ich erinnere mich nicht, dass dieses Ort so leckend ist. Sie haben endlich Wasser installiert. So ist auch heute viel rum. Sorry. So, hier haben wir noch ein Schloss. Was können wir hier... Okay, können wir nicht. Es scheint, zu beklopfen zu sein. Es scheint, zu beklopfen zu sein. Es scheint, zu beklopfen zu sein. Es ist kein Schloss, die wir öffnen können. Kein Schloss. Vielleicht sollten wir es nach oben gucken, bevor wir hier reingehen. Gibt es hier irgendwo anders noch ein Schloss umrein müssen. Das ist ein Museum. Gab es da nicht ein Schloss? Oh, ist das offen. Hallo. Willkommen zum Melee Island Museum Pirate Lore. Ich bin Konrad, der Kurator und Docent hier. Das Museum zeigt die größte Sammlung von Piraten-Memorabilien in den Karibben. Oder auf Melee Island, am besten. Ah ja. Ich habe einige Fragen. Ich bin Guybrush Threepwood. Kein Wurzeln? Wow! Sind Sie nach Guybrush Threepwood genannt? Ich glaube, dass Sie das sagen können. Schön. Ich werde das legendäre secretische Geheimnis von Monkey Island finden. Oh, das ist perfekt! Super Retro! Wenn Sie einen Ort brauchen, um es zu beklopfen, dann weiß ich das ein klopfen Museum. Tja. Da gab es doch irgendwas zu finden im Museum. Dein Museum ist... ...quaint. Ach, die Augenklappe. Es war eine persönliche Passion von mir. Ich bin verrückt mit alten Piraten-Stunden. alten Piraten-Stunden? Es macht dich wirklich fühlen, als ob du ein Teil von etwas bist. Nichts? Ich bin ein Teil von etwas. Genau. Er sieht ein bisschen aus wie die kleine... aus dem Intro, die kleine Tochter von Blair Bush. Werden diese Dinge wertvoll? Der Sicherheitsparat ist nicht nur hier, um Piraten zu sehen. John Laney's Eye-Patch ist irreplacebar. Es ist das Highlight der Kollektion. Es ist unglaublich, dass ich es bei einer Yard-Sale getroffen habe. Sie wussten nicht, was sie hatten. Ich glaube, Sie haben einen Mop von einem übrigen Piraten-Swabby auf dem Display? Ich habe versucht, den Kuchen in der Skumbar zu erzielen, aber er will nicht mit ihm teilnehmen. Wie ich sehe, tragen sie ein Holzbein, obwohl sie eigentlich beide Beine haben. Ich sehe, Sie haben eine Peg Legge, obwohl sie beide Beine haben. Es ist nur ein Teil des Docents' Outfit. Für die Touristen. Die Kinder wollen immer immer versuchen es an. Das ist charmant und schrecklich. Das ist ein Museum für Menschen, die denken, dass die Schäden und die Crew für Profit klingt lustig. Touché. Schauen wir uns mal um. Bitte. Das kommt mir nicht bekannt vor. Das ist eine originelle Plank aus der goldenen Hände. Autografiert von Francis Drake selbst. Ah, ja. Ach, ich sehe. Jetzt. Oh mein Gott. Das ist ein Gemsch blmmenswert. Okay. Aus dem Schatten wird. Er war von Elayne Marley, während sie der Welt beinrichtet. Was? Elayne? Der Beinleiter wurde nur als Plunderbunny. Das ist mir. Das war ein wirklich besünschmerz. Ah, ja. Es ist eine Arbeit. Ich sollte es nicht beurteilen. Was ist die Signifikanz des Peg Legs? Das gehört zu der infamous Peg Legs Paddy. Sie hat eine Kutluss in der Kutluss gelegt. In der Fall von der Beobachtung. Das ist die Grund, warum sie nicht mehr mit uns ist. Das ist ein schönes Bord. Die mit dem Koffen? Ja. Der Koffen hatte viel verletztes Wasser. Als ich sie von der Voodoo-Lady in der Stadt bekommen habe. Das habe ich geschafft. Der ist auch schon. Ist ja verletztisch. Der Wodoo-Lady ist eigentlich von der Schwampe auf der Skab Island. Hm, unmöglich. Die Skab in der Frage ist nicht mehr nahe der Skab Island. Ich versuche nur zu helfen. Danke. Ich habe es unter Kontrolle. Sag mir wieder über den Koffen. Der war von einem bestimmten, well-knownen Skab in einer türkischen Skab. Ah, ja. Nein, natürlich nicht. Es ist nicht ein Problem. Es ist nicht wichtig. Wirklichkeit. Wirklichkeit. Dinger. Untertitelung des ZDF, 2020